Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Normalerweise mache ich ja nur Reactions auf Musik, aber ich dachte mir, warum nicht auch auf normale Videos? Außerdem muss man sagen, dass Jonas' Stimme sowieso Musik in Norden ist. Ich habe mir eigentlich für solche normalen Reactions, die außerhalb von Musik sind, einen eigenen Kanal gemacht, aber ich denke mir, warum nicht einfach hier bringt. Ihr könnt mir sehr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Idee findet. Keine Sorge, die Musik-Reactions leiden nicht darunter, die werden genauso häufig kommen wie sonst auch. Mit der gleichen Qualität, da wird sich nichts ändern. Aber wenn ihr sagt, Alter, das ist so geisteskrank unnötig, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann lasst mich das gerne wissen, weil dann kann ich mir die Arbeit auch sparen. Aber ich würde sagen, lasst uns gar nicht so lange rumlabern, lasst gerne ein Abo da für den Kanal und wir sehen uns in der Reaction. Andres lässt gerade ein paar Standard-Software-Tests laufen. Alles normal. Doch dann fällt ihm etwas auf. Wie das schon wieder animiert ist alles. Das hier ist keine normale Prozessorauslastung. Kein riesiges Problem, aber es nervt ihn. Und er kann es sich nicht auf Anhieb erklären. Was Andres zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, das hier ist kein einfacher Bug. Lass mich raten, irgendwer meint gerade Krypto über diesen PC. Das hier ist eine geschickt versteckte Backdoor, eine Hintertür. Sie wurde über Jahre von feindlichen, wahrscheinlich staatlich gelenkten Akteuren vorbereitet. Nun soll sie global verbreitet werden und Millionen von Servern für die Hacker zugänglich machen. Boah, ich finde das so krass, dass Staaten wirklich ihre eigenen Hacker haben. Ich meine, das macht Sinn, ne? Es ist eine absolut geisteskranke Idee, damit zu... Naja, du kannst damit halt alles machen, ne? Also ich glaube, die zukünftigen Kriege, die werden auch mehr digital stattfinden, statt wirklich auf dem Schlachtfeld. Aber das ist schon echt verrückt. Boah, stell dir vor, du arbeitest für irgendeine Regierung als fucking Hacker. Die Systeme unzähliger Krankenhäuser, Unternehmen, Regierungen. Ein Generalschlüssel fürs Internet und alles, was an ihm hängt. In den Händen von Verbrechern. Ist das krank. Aber, naja, das weiß Andres halt noch nicht. Boah, shit. Es ist so krass, was aus diesem Kanal geworden ist, ne? Oft gehört Software einem Unternehmen. Word gehört zum Beispiel Microsoft. Und nur Microsoft-Mitarbeiter können die Software bearbeiten und weiterentwickeln. Dann gibt es aber auch noch Open-Source-Software. Die funktioniert etwas wie Wikipedia. Der Quellcode ist öffentlich einsehbar. Also gegenüber so einer... Ich verstehe gar nicht, vielleicht kennt sich da ja jemand aus von euch. Warum macht man Dinge Open-Source? Man macht doch eigentlich... Also man macht ja keinen finanziellen Gewinn dadurch, oder? Also ja, okay, es sei denn, du machst ein Abo-Modell noch rein, aber... Ja, wobei, das Abo-Modell über JTBT kam ja auch erst rein, als es nicht mehr Open-Source war. In der deren Welt, in der der Quellcode nicht einsehbar ist, wie bei Microsoft oder in weiten Teilen bei Apple, ist bei Open-Source-Software so ein bisschen der Hintergedanke, dass die Software größer wird als ich. Ja, also dass andere die weitermachen, dass sie quasi in der Community weiterleben... Okay, gut, dann habe ich meine Antwort. Dankeschön. ...dass ich sie irgendwann auch abgeben kann. Das ist Linus Neumann, a.k.a. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. ...und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Er hat uns geholfen, diesen Fall zu verstehen. Im Prinzip kann jeder mitwirken und Änderungen vorschlagen. So sind bereits zahllose Programme entstanden, die heute zu den Grundpfeilern unserer digitalen Infrastruktur zählen. Bei Open-Source-Projekten kann zwar jeder mitmachen, aber es gibt in der Regel klare Verantwortliche. Sogenannte Maintainer haben die abschließende Kontrolle über den Code und prüfen Änderungsvorschläge, bevor sie offiziell veröffentlicht werden. So jemand ist Lasse Kollen. Er arbeitet seit Jahren an dem Linux-Tool XZ-Utils. Linux ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-Betriebssystem. Es ist ein Paradebeispiel, wenn man über Open-Source spricht. Es wird heute umfassend eing... Ich höre nur Gutes über Linux, aber ich bin da gar nicht drin. Also ich hatte Informatik in der Schule und ich habe auch ein Fach-Abi angefangen mit Informatik, aber da habe ich gelernt, dass Informatik nicht meine Welt ist. Da bin ich leider nicht so der Typ für. Das ist mir zu strikt da alles, worauf du alles achten musst. Das ist mit zu wenig Freiheit. Eingesetzt. Vielleicht nicht direkt von dir. Aber es ist das Betriebssystem der meisten Server, Großrechner und das einzige Betriebssystem auf den Top 500 Supercomputern. XZ ist ein Datenkomprimierungsformat, das in fast allen gängigen Linux-Distributionen enthalten ist. Eine Linux-Distribution ist ein komplettes Betriebssystemspaket, das alle wichtigen Programme für den Computer enthält und auf Linux basiert. Unterschiedliche Distributionen haben verschiedene Anwendungszwecke. XZ-Utils verpackt und komprimiert Daten, damit sie schneller hin- und hergeschickt und gespeichert werden können. Es ist vergleichbar mit ZIP-Dateien, die kennt ihr vielleicht. Colin hat das Tool 2005 entwickelt. Als Maintainer hat er seitdem die Kontrolle über alle Änderungen von XZ-Utils. Er schaut sich Korrektur- und Ergänzungsvorschläge für die Software an und gibt dann sein OK. Ey, wie unnötig, Alter. Ich benutze einfach Skype. Ich schicke mir bis heute noch mit meinen Freunden einfach über Skype-Dateien, die größer sind hin- und her. Oder auch nicht. Wenn etwaige Änderungen eingebaut wurden, kann eine neue Version von XZ-Utils veröffentlicht und dann in die nächsten Versionen von Linux-Distributionen aufgenommen werden. Doch dieser Prozess scheint etwas zu stocken. Zwei freiwillige Entwickler sind mit Collins Arbeit als Maintainer nicht zufrieden. Sie finden, dass er zu langsam auf ihre Änderungsvorschläge und Nachrichten reagieren würde. Der User Dennis Enns fragt zum Beispiel genervt nach Updates. Ich habe hier vor einer Woche eine Frage gestellt und noch keine Antwort erhalten. Auch Jigakumar geht das alles anscheinend viel zu langsam. Bei deinem derzeitigen Tempo bezweifle ich sehr, dass 5.4.0 noch in diesem Jahr erscheinen wird. Der einzige Fortschritt seit April waren kleine Änderungen am Testcode. Er fordert sogar einen neuen Maintainer. Es wird keine Fortschritte geben, solange es keinen neuen Maintainer gibt. Ja, aber hat er dann die Kritik denn angenommen oder ist das jetzt berechtigt alles? Du bist besser dran, wenn du wartest, bis ein neuer Maintainer kommt. Patches hier einzureichen hat heutzutage keinen Sinn mehr. Der jetzige Maintainer hat das Interesse verloren oder kümmert sich nicht mehr um die Entwicklung. Alter, die haben ja gar keinen Bock auf ihn. Lasse Collins scheint mit dem Arbeitsaufwand überfordert zu sein. Seine Arbeit an Exit Utils ist für ihn eigentlich nur ein unbezahltes Hobbyprojekt. Doch Enz und Kumar wünschen sich augenscheinlich jemanden, der mehr Zeit in das Projekt investiert und schneller auf Vorschläge reagiert. Auf Komas Nachrichten. Aber ich kann es auch verstehen. Also gerade wenn man dann irgendwie so ein Hobbyprojekt hat. Ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Aber wenn es für dich einfach ein Hobbyprojekt ist, du hast ja dann trotzdem irgendwann Verantwortung. Wenn dein Hobbyprojekt irgendwann größer wird, dann hast du die Verantwortung, dich auch darum zu kümmern, weil sonst sind die Leute mies abgefuckt. Andererseits haben andere Leute das auch ein bisschen zu respektieren und nachzuvollziehen. Wenn die da Zeit reinstecken und da was programmieren und die wissen aber, dass es wirklich ein Hobby von dir ist, dann muss man da auch mal einen Gang runterschalten, finde ich. Vielleicht antwortet Colin. Da hätten sich beide vielleicht ein bisschen entgegenkommen sollen. Wobei wir aber auch fairness halber nicht wissen, wie viel Zeit Colin da wirklich reingesteckt hat. Kann ja sein, dass er da trotzdem viel mehr reingesteckt hat, als er ursprünglich wollte, um den anderen gerecht zu werden. Ich habe das Interesse nicht verloren. Aber meine Fähigkeit, mich zu kümmern, ist ziemlich eingeschränkt. Hauptsächlich wegen langfristiger psychischer Probleme, aber auch wegen einiger anderer Dinge. Er schreibt außerdem. Letzter Zeit habe ich hinter den Kulissen eng mit Jia Tan und Exit Utils gearbeitet. Und vielleicht wird sie in Zukunft eine größere Rolle übernehmen. Wir werden sehen. Jia Tan taucht erstmals im Januar 2021 auf der Entwicklerplattform GitHub auf. Über ein Jahr lang leistet sie zunächst Beiträge zu anderen Projekten. Ab 2022 beginnt sie dann, auch Änderungen für Exit Utils einzureichen. Von da an wird sie zu einer regelmäßigen Mitwirkenden. Tan ist engagiert und höflich. Es gab doch mal diese komische YouTuberin namens Tan, oder? Die diese ganz komischen, cringenden Drei-und-Nachts-Videos gemacht hat. Alter Junge, da kriege ich richtig wie so Flashbacks gerade. Sie schreibt nette Nachrichten und unterstützt, wo sie nur kann. Gute Arbeit von euch beiden, dass ihr das Feature so weit gebracht habt, wie es jetzt schon ist. Lasst mich wissen, was ihr von diesen Patches haltet, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ist es gut genug oder habe ich Stimmefehler eingebaut? Ich versuche nur, meinen Teil als Helfer-Elf beizutragen. Vielleicht ist Colin nach Enns und Kumars genervten Nachrichten froh, endlich Unterstützung zu haben. Jemand, der ihm Arbeit abnimmt und sich aktiv für das Projekt einsetzt. Colin schreibt, dass ein Maintainer die Skills, die Zeit und auch das Interesse brauche, um wirklich langfristig an der Software mitzuwirken. All diese Voraussetzungen scheint Jia Tan zu erfüllen. Damals konnte Colin kaum ahnen, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Ah, nicht so gut. Shit. Aber wie geizt man denn da? Es ist ja open source. Jeder kann ja darauf zugreifen, oder nicht? Ist deine aktuelle Matratze auch ziemlich... Oh mein Gott, Emma Matratze. Ich saß nur so semi-bequem und durchgelegen. Viele von uns verbringen ihren Alltag vor Bildschirmen, auch wenn wir vielleicht nicht das Internet retten. Umso wichtiger ist ein erholsamer Schlaf, der Rücken nicht... Im Juni 2022 wird Tan zur Co-Maintainerin. Im Laufe des Jahres übernimmt sie immer mehr Kontrolle über das Projekt. Sie nimmt eigenständig Änderungen in XZ-Utils vor und wechselt im März 2023 die Kontakt-Mail-Adresse bei OSFAS. Der Dienst hilft, bei Open-Source-Projekten Fehler zu identifizieren. Von nun an werden Sicherheitsmeldungen nicht mehr an Colin gesendet, sondern an Tan. Ja, wenn Colin zu langsam ist. Kurz darauf macht ein neuer... Ich meine, ich kann verstehen, wenn man da mit gleichgestellt ist und dann hat man ja auch keine Lust die ganze Zeit auf Colin zu warten, ne? Wenn man ja eh den gleichen Rang hat. ...ans Janssen einen Änderungsvorschlag für XZ. Tan nimmt den Vorschlag von Janssen an. Neun Monate später, im März 2024. Janssen schreibt dem Debian-Projekt eine Nachricht. Debian ist ein Linux-basiertes Betriebssystem. Es ist weit verbreitet und gilt als stabil und sicher. Janssen will, dass das Debian-Team die neue Änderung von XZ-Utils in einer Debian-Version aufnimmt. So soll ein bestimmter Bug behoben werden. Zwei User namens Krigorin und Miso-Eater melden sich ebenfalls und freuen sich über den... Junge, wie viel Wissen man braucht, um so ein Video zu machen? Heilige Scheiße. Ich meine, wir wissen, die haben Hilfe bekommen von dem Hackerman, um das Thema zu verstehen. Aber das hat man auch dringend gebraucht. Guck mal, so viele... Das ist ja so krass. Und als ein anderer User bedarf... Ey, wie anstrengend das sein muss, all diese Nachrichten rauszusuchen, ne? ...denken äußert, wird er von Krigorin genervt angemacht. Anstatt eine Grundsatzdebatte darüber zu führen, wer für diesen Upload zuständig ist, kann das Problem einfach behoben werden? Schlussendlich integriert das Debian-Projekt die neue XZ-Utils-Version in eine Version ihres Betriebssystems namens SID. Ungefähr zur gleichen Zeit. Andres Freund arbeitet als Entwickler für Microsoft. Er ist außerdem seit langem selbst für ein Open-Source-Projekt aktiv. Er hat sich gerade die neueste SID-Version heruntergeladen, um damit Tests für sein Projekt durchzuführen. SID ist nur eine vorläufige, noch als unsicher und instabil markierte Version für Entwickler. Sie wird auf Fehler getestet und später dann offiziell in das Projekt integriert. Ja, dann warte doch! Und bei seinen Tests bemerkt Andres etwas Ungewöhnliches. Irgendetwas verbraucht in SSH zu viele Ressourcen. SSH wird verwendet, um Linux-Rechner... Boah, Alter, ich lerne mehr als in meinem Fach-Abi, Alter, heilige Scheiße, in 9 Minuten Simplicissimus-Video. Boah, das ist so viel Wissen, was sich in meinen Schäden prügelt. ...aus der Ferne zu steuern. Dieser krasse Ressourcenverbrauch bei SSH ist seltsam. Crypto-Mining. Ich sag's, 100% Crypto-Mining. Ihm fällt auch ein daraus resultierender Leistungsabfall von 500 Millisekunden auf. Eine halbe Sekunde. Etwas, was keine Sau unter normalen Umständen jemals bemerken würde. Ja, und auch bis dahin... Der Bruder, da war Voice Cracks. ...niemand bemerkt hat und wahrscheinlich... Alter, Bro, trink Wasser! ...danach niemals jemand bemerkt hätte, aber Andres Freund hat sich das angeguckt und hat gesagt, da stimmt was nicht. Er schaut sich... Ey, Spaß, alles gut, Bro. Ich liebe deine Stimme. Nicht hacken. Bitte lass mich in Ruhe. Und stellt fest, dass die Verzögerung mit Exet-Utils zusammenhängt. Auf vielen Linux-Distributionen hat SSH eine Abhängigkeit von Exet. Das bedeutet, dass Teile von Exet bei der Ausführung von SSH aufgerufen werden. Also schaut Andres sich Exet-Utils genauer an und bemerkt, dass hier jemand einen Code eingeschleust hat. Der ermöglicht es, sich via SSH in das jeweilige System einzuschleichen. Eine Hintertür. Diese Hintertür ist so gut versteckt, dass sie von niemand anderem beim Lesen und Testen des Codes entdeckt wurde. Wenn ich jetzt in einem Software-Paket nach einer Schwachstelle suchen würde, dann gehe ich auf GitHub, lade mir den aktuellen... Warte mal, haben die dann versucht, darüber Microsoft irgendwie zu schaden? ...Quellcode runter und gucke, ob da irgendwelcher Quatsch drin ist. Hier ist die Schwachstelle aber nicht in dem Quellcode, den ich bei GitHub finde. Sondern sie ist in der Testdatei versteckt und wird erst, wenn man die Software kompiliert, reingepatcht. Und das ist halt wirklich, wirklich gut versteckt, weil überall, wo jemand suchen und prüfen würde, nichts zu sehen ist. Ist schon wirklich sehr schön. Muss ja auch wirklich mal sein, so Anerkennung. Ja, ich glaube, Hacken ist so eine Art Kunst. Also ich kann die Begeisterung dafür verstehen, auch wenn man der Geschädigte ist. Wenn sich da jemand wirklich Mühe gegeben hat und das wirklich was Außergewöhnliches ist. Ich glaube dann, und man ist auch wirklich in der Thematik mit Informatik drin, dann appreciiert man das auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Das ist schon nicht schlecht. Doch diese Verschleierung lässt den Schadcode langsamer arbeiten. Und eben jene Verzögerung beim Starten von SSH hat Freund bemerkt. Am 27. März verschickt er deshalb eine Mail an das Debian Security Team mit seinen Erkenntnissen. Zwei Tage später macht er seine Entdeckung öffentlich. Der Schadcode befindet sich in zwei Versionen von XZ-Utils. Und Freund hat auch schon einen Verdacht. Gia Tam. Sie hat die Hintertür kurz zuvor heimlich zu einer Version von XZ-Utils hinzugefügt. Als Andres seine Erkenntnisse öffentlich macht, bricht die Hölle los. Deutscher rettet Millionen Rechner vor Hackerangriff. This may be one of the biggest stories of this year. Wir haben wirklich Glück gehabt. Dieser Berliner hat das Internet veröffentlicht. Deutscher Entwickler verhindert gefährlichen Hackerangriff. Noch am selben Tag veröffentlicht. Alter, ey, aber diese Tann muss jetzt aber auch so sauer sein, ne? Ey, man hat sich so viel Mühe gegeben und so krass die ganze Scheiße durchdacht. Und dann passiert sowas. Ey, oh, die Arme. Das Softwareunternehmen Red Hat, eine dringende... Die wäre jetzt so fucking rich. Die hätte so viele Informationen haben können und verkaufen können. Sicherheitswarnung. Auch das BSI ruft in Deutschland die IT-Bedrohungslage Stufe Orange aus. Zum Glück war die manipulierte Software noch nicht weit verbreitet, aber bereits in vielen Testversionen großer Linux-Distributionen. Also ganz kurz vor der massenhaften Verbreitung. Einige Betriebssysteme sind aber tatsächlich bereits betroffen. Diesen Usern wird empfohlen, die Nutzung der Systeme sofort einzustellen. Eine Armee von Entwicklern und Cybersicherheitsexperten setzt sich an die Aufarbeitung. In nur wenigen Stunden wird ein Fix für die Hintertür gebaut, um sie unschädlich zu machen. Wäre sie tatsächlich in den Code zahlreicher Betriebssysteme gelangt, hätten die Auswirkungen katastrophal sein können. Die Backdoor hätte den Angreifern SSH Zugriff gegeben. Das heißt, sie hätten sich aus der Ferne unbefugten Zugang zu unzähligen Systemen verschaffen können. Es wäre der Schlüssel zu hunderten Millionen Computern und unzähligen Servern weltweit gewesen. Linux-Betriebssysteme werden in Schulen, Universitäten und Krankenhäusern verwendet. Alter, die hätte alles hops nehmen können, ne? Die hätte alles hops nehmen können. Und wie wirst du sowas los? Du musst ja wirklich alles runterfahren. Gerade in Krankenhäusern, ne? Wenn du da die Betriebssysteme runterfährst, das kann so viel durcheinander bringen. Mit den ganzen Medikationen für die ganzen Patienten, für alles Mögliche. Die hätte ganz Deutschland in den Griff gehabt. Nicht nur ganz Deutschland, weltweit. Das wäre ja auch in den Riesenfirmen noch gelandet. Das ist verrückt. Wow. Sogar der Bundestag nutzt Linux. Das Internet besteht aus Linux-Servern bis auf ein paar versprengelte, fehlgeleitete Microsoft-Servern. Aber du kannst eigentlich davon ausgehen, jede Webseite, die du siehst, ist auf irgendeinem Server, der am Ende über SSH administriert wird. Und jede App, die du hast, die online sein muss, spricht am Ende mit irgendeiner API, die auf dem Server ist. Aber wäre es nicht mal klug, eine Firma zu erfinden, die dafür sorgt, dass es etwas ähnliches wie SSH gibt? Also ja, es ist natürlich kein riesiges Sicherheitsrisiko, aber kann man nicht mittlerweile irgendwas erfinden, was ungefähr gleich funktioniert, nur noch sicherer ist? Weil SSH scheint ja dann wirklich schon seit Ewigkeiten, seit wirklich sehr lange schon zu existieren. Wird es da nicht mal Zeit für einen frischen Wind? Dass der über SSH administriert wird. Alles, was bei Amazon in der Cloud ist, wird am Ende irgendwie über SSH administriert. Also es wäre schwer gewesen, etwas zu finden, was von dieser Schwachstelle nicht betroffen ist. Auf einen Schlag wären die Angreifer in der Lage gewesen, zahlreiche kritische Dienste lahmzulegen. Sie hätten Malware verbreiten oder vertrauliche Informationen stehlen können. Also wenn du dir als bösartiger Hacker etwas wünschen würdest, wo du eine Schwachstelle hast, die niemand anders kennt, dann ist es SSH. Die mächtigste Schwachstelle, die du dir vorstellen kannst, das wäre für weite Teile des Internets und alle Unternehmen überall ungefähr der absolute Super-GAU gewinnt. Kann man, also so wie es jetzt zumindest hier gezeigt wird, ist es ja einfach direkt von User zum Server, okay? Kann man da nicht irgendwie acht verschiedene Wege noch irgendwie hin zwischenklemmen, dass man halt nicht direkt da hinkommt? Das ist das Schwachstelle-Netz und weit alle Unternehmen überall ungefähr der absolute Super-GAU gewesen, was alle Sicherheitskonzepte angeht, die sie haben. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine Generalschlüssel auf SSH und das ist das, was hier angestrebt wurde. Man kann es nicht anders sagen. Die Welt hatte ganz, ganz großes Glück. Und Andres Freund, der Silverback-Gorilla of Nerds, der Final-Boss des Internets. Das gefunden zu haben ist natürlich, ja, once in a lifetime und ist halt eine unglaubliche Auszeichnung. Sowas findet man nicht, wenn man nicht aus einem bestimmten Holz ist. Der Microsoft-Entwickler wird gefeiert wie ein Held. Und seine Story zu... Ja, ist er ja auch. Also ganz, ganz objektiv betrachtet, der ist ein fucking Held. Der hat Menschenleben gerettet, der hat Regierungen gerettet, der hat Firmen gerettet. Also ja, das ist schon ein Held. Sogar Microsoft-CEO Satya Nadella lobt Freund für seinen Einsatz. Alle sind erleichtert. Die Katastrophe ist abgewendet. Der Schock ist verdaut. Aber wer war eigentlich für diese Attacke verantwortlich? Wer steckt wirklich hinter Jia Tan? Andres Freund glaubt, dass... Nein, wissen die das? Hat man das rausgefunden? ... dass das nicht die Arbeit einer einzelnen Person war. Er vermutet, dass Tan Unterstützung hatte. Diese User hier werden verdächtigt, beteiligt gewesen zu sein. Es scheint... Oh mein Gott, die haben extra Stress ausgelöst, damit Jia Tan da leichter reinkommt. Alter, wie dreckig. Wie eklig sind die denn? Vor allem, die wissen auch noch, dass es dem Typen... Ah, wie hieß der jetzt? Colin? Colin, Colin, ne? Dass es Colin nicht mental gut ging und das ist den Scheiß. Egal, Digga. ... hinterzetten die ersten beiden, lasse Colin absichtlich unter Druck gesetzt, um Jia Tan den Weg freizumachen. Jansen, Gregorin und Mizu-Ita haben dann das Update durchgeboxt. Damit war der Angriff vor allem meisterhaftes Social Engineering. So bezeichnet man allgemein Strategien, bei denen Menschen so manipuliert werden, dass sie dem Angreifer in die Hände spielen. Das ist verrückt. Also das ist schon echt faszinierend. Aus Versehen sein Passwort irgendwo eingeben, eine Hochsicherheitstür für eine vermeintlich schwangere Frau aufhalten, solche Sachen. Die mutmaßliche Gruppe hinter Jia Tan ist unfassbar raffiniert vorgegangen. Die Unterwanderung von XZ-Utils erforderte zum einen technisches Geschick, aber vor allem jede Menge Geduld. Zur Erinnerung, Jia Tan hat erst mal ein Jahr Rapport bei anderen Projekten aufgebaut, bevor sie überhaupt anfing, bei XZ-Utils mitzuwirken. Dann sind nochmal zwei Jahre vergangen, bevor sie die Hintertür eingeschleust hat. Es kann aber auch sein, dass sie vielleicht irgendwo hier erst diesen bösen Gedanken hatte oder vielleicht hier. Also du kannst ja trotzdem aus guten Zwecken ankommen und vielleicht wurde Jia Tan ja auch manipuliert und weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht hatte sie dann irgendwann erst die Idee. Experten vom Guten, dass das wahrscheinlich die Arbeit von staatlichen Hackern war. Oder das. Ja, man kann natürlich auch vom Schlimmsten ausgehen und natürlich nicht so optimistisch rangehen. Und dann kann man auch sagen, dass es von Anfang an der Plan war. Aber von welchem Staat? Zur Person Jia Tan findet sich keine Spur im Internet. Auf den ersten Blick wirkt Jia Tian Tan chinesisch. Auch die Zeitzone von Jia Tans Beiträgen würde das bestätigen. Aber es ist gut möglich, dass damit nur die wahre Identität und der Aufenthaltsort der Hacker verschleiert werden soll. Wer über Jahre hinweg einen so ausgefeilten Plan verfolgt, mühsam Vertrauen aufbaut und immer mehr Kontrolle gewinnt, hinterlässt so jemand wirklich so offensichtliche Spuren? Das ist so krass, ne? Und da würde man einfach nicht hinterblicken. Egal wie gut deine Menschenkenntnis ist, das wird nicht ausreichen. Um das, um das zu raffen, wirklich über Jahre hinweg, über zwei Jahre lang. Ah, Mann. Eine Analyse von Jia Tans Account legt nahe, dass möglicherweise einfach vor jeder Aktivität die Zeitzone des ausführenden Computers auf UTC Plus 8 geändert wurde. Laut der Analyse hat Jia Tan an wichtigen chinesischen Feiertagen gearbeitet. Das ist seltsam. Noch seltsamer ist, dass der Account an Weihnachten und Neujahr nichts eingereicht hat. In China ganz gewöhnliche Tage. Wenn sie wirklich in dieser Zeitzone leben würde, hätte sie laut der Analyse außerdem immer nachts gearbeitet. Zeitzonen zu fälschen ist nicht schwer. Ja, ich kenne keinen Informatiker, der mal ein paar Tage durchmacht. Ja, das kenne ich nicht. Mal vier Tage arbeiten, drei Tage schlafen, noch nie gehört. Das ist ganz untypisch für Informatiker. Die Autoren vermuten, dass Jia Tan eher in der Zeitzone von Osteuropa lebt. Denn ein paar Mal hat sie wohl vergessen, ihre Zeitzone zu ändern. Es gibt drei Änderungen mit der Zeitzone UTC Plus 2 und sechs Commits mit der Zeitzone UTC Plus 3. Nimmt man an... Bro, was zum Fick ist das geil. Jia Tan lebt eher in einer dieser Zeitzonen, dann hätte sie meist grob morgens um 9 Uhr begonnen und um 17 Uhr aufgehört. Das klingt nach geregelten Arbeitszeiten. Experten vermuten, dass Jia Tans Spuren hierher führen könnten. Nach Russland. Was? Dieser Plotwist. Ja, ist halt auch Nordkorea oder so. Oder auch China, wie gesagt. PT29. Auch Cozy Bear. Nein, da haben wir es wieder. Die russischen Hackerbären. Oh, das Video war auch geisteskrank. Das war verrückt. Die Hackergruppe ist für ihre ausgefeilten Angriffe bekannt. Vielleicht kennt ihr sie aus unserer letzten Doku. Der Stil des Ex-Z-Hacks würde zu ihnen passen. Beweisen kann man es derzeit allerdings noch nicht. Das sind schon sehr klare Indizien, oder? Open Source hat natürlich seine Vorteile. Aber wenn uns der Fall eines zeigt, dann ist es wohl die Verletzlichkeit unserer digitalen Infrastruktur. Wir standen ganz schön knapp vor einem absoluten Super-GAU. An dieser ganzen Geschichte sehen wir wunderschön die Stärken, aber auch die Schwächen des Open Source-Ansatzes. Nur weil es Open Source war, konnte anderes Freund diese Sachen finden. Aber nur weil es Open Source ist, konnte Jiatan die... Naja, Jiatan wurde aber auch die Rechte dafür gegeben. Also wenn du so ein Projekt startest, dann hol lieber einfach nur deine persönlichen Freunde, die du vielleicht nicht seit zwei Jahren, sondern seit 20 Jahren kennst dran. Ich denke, das wird dann auch nochmal ein bisschen die Sicherheitslücke... Das wird dann auch ein bisschen die Sicherheitslücke minimieren. Die Änderungen vornehmen. Unsere kritische Infrastruktur beruht heute in vielen Fällen auf Open Source-Software. Programme, die teils allein auf dem Engagement von Freiwilligen beruhen. Menschen, die das neben ihrem Job als Hobby machen. Menschen wie Lasse Kollen, denen das Projekt vielleicht auch mal über den Kopf wächst. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie sich irgendjemand Sorge darum gemacht hat, wie es diesen Leuten geht und ob sich da genug Leute drum kümmern. Und das ist etwas, wovor immer gewarnt wurde und wo wir jetzt sehen, ja, das ist auch ein Problem. Wenn wir sichere digitale Systeme erwarten, müssen wir als Gesellschaft auch die richtigen Strukturen dafür schaffen. Wie so etwas gut funktionieren kann, zeigt ein Beispiel in Deutschland. Seit 2022 gibt es den Sovereign Tech Fund. Das ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, um die Sicherheit von Open Source-Software zu stärken. Aber laut Linus Neumann seien auch die Konzerne in der Pflicht. Sie verdienen Millionen und Milliarden mit den Systemen und sollten dementsprechend auch mehr in die Basis-Infrastruktur stecken. Ja. Der Angriff auf Exit-Utils war unfassbar raffiniert und wird sicherlich nicht der letzte dieser Art bleiben. Also wenn du dir jetzt die ganze... Ey, ich frage mich, ob dieser Typ, der das entdeckt hat, mittlerweile als Freund, ob der verschwunden ist. ...Operation anschaust, mit Social Engineering anfangen, eine perfekt versteckte Backdoor bauen, über Jahre an dieser Sache dran sein, das Vertrauen der Community bekommen, den Aufwand und jetzt kommt irgendwie anderes Freund und macht dir alles kaputt, ja. Da wird ja irgendein... Boah, ich wäre so sauer, Alter. Stell dir vor, du denkst dir so, Alter, es ist so kurz davor, wir haben es endlich, wir haben es geschafft. Nach vier Jahren harter Arbeit, egal auf welcher Ebene, es war einfach anstrengend. Und du denkst dir, Alter, ich bin fucking rich, ich habe Macht und so weiter. Und dann wird dir alles genommen, alles. Vor allem, wenn es dann auch noch staatlich organisiert war. Alter, ein ganzes Team, einfach hops genommen, einfach so, das ist so krass. Irgendwann mal in dieser Operation früher jemand drüber nachgedacht haben, was ist eigentlich, wenn ich entdeckt werde? Und deswegen werden die eine zweite und eine dritte gleiche Operation ebenfalls laufen haben. Ich bin mir absolut sicher, dass sie nicht alles nur auf ein Pferd gesetzt haben. Und die anderen Pferde, auf die sie gesetzt haben, jetzt zu finden, das wird die Aufgabe sein. Wir können nur hoffen... So gruselig, ne? Und wenn das einmal nur funktioniert und wenn dann ein Weltkrieg ausbricht, die können einfach alles ausschalten. Einfach alles aus. Und du kannst nichts machen. Dass der Welt beim nächsten Mal wieder ein Held wie Andres Freund zur Stelle steht. So ein Macher, guck dir an, sein Bart. Wow. Gänsehaut, Gänsehosen, Gänsehoten. Sehr geiles Video, hammerstark. Also wieder mal eine richtig geile Ausarbeitung von Simplicissimus. Wirklich geisteskrank. Man fühlt sich, wenn man sowas sieht, wirklich einfach winzig, oder? Man fühlt sich so richtig angreifbar, als ob einfach alles von jetzt auf gleich weg sein könnte. Es muss nur eine kleine dumme Scheiße passieren. Irgendwo auf der Welt. So eine klitzekleine Sache. Und wir sind alle... Hops. Das ist so verrückt. Es ist ja sowieso schon so extrem unwahrscheinlich, dass man überhaupt leben kann. Dass du und ich gerade hier atmen und uns dieses Video hier reinziehen. Aber selbst wenn man es dann noch geschafft hat zu leben, ist es dann auch nochmal so unwahrscheinlich, dass man jetzt noch so gut leben kann. Es ist verrückt. Ja, ich würde sagen, wir beten einfach, dass so lange wie möglich alles schön und gut bleibt, so wie es gerade ist. Und dann würde ich sagen, lass gerne ein Like nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreib gerne, wie du das hier findest. Und bleib gesund. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.